So, wir schlendern jetzt hier an der Firma Pössl und Roadcar vorbei. Und vorne kann man einen grünen Roadcar, ja, das ist der 540, mit Besonderheit. Aufstellbar. Ja, richtig. Das ist aber nicht original Roadcar. Nein, und zwar ist das von der Firma Dümo in Auftrag gegeben worden. Wir haben aber jetzt nicht die Möglichkeit, das näher zu zeigen. Und den Roadcar haben wir auch schon oft genug gefilmt. Da hat sich überhaupt nichts getan, ne? Oder? Nö. Auf unserer YouTube-Seite, da haben wir den so oft schon vorgestellt. Das ist hier der Vario. 545 von Pössl. Mit Hochdaten. Ja. Hier im hinteren Bereich gibt es Stockbetten, also zwei Stück. Ich nehme an, für Kinder. In der Mitte ist dann Badezimmer. Hier ist die Toilette. Das Badezimmer kann man abtrennen. Das Badezimmer kann man abtrennen mit so einer Schiebetüre. Hier ist halt die, ja, die ganz normale Stühle. Küche. Küche, ne? Küche. Drei Flammenherd. Könnte dann mit großen Klöpfen wieder ein Problem werden, ne? Ja. Das hier überall so. Hier ist ein Schrank. Ein Wühlschrank. Hier ist der Kühlschrank. Mit Eisfach. Hier drüber ist noch das Hochbett. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie man da drankommt. Nicht, ich komme da jedenfalls nicht. Ja, muss ich nur Arme wachsen lassen. Also, nur was für Große. Das war jetzt wieder eine kurze Vorstellung von einem Fahrzeug. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, bitte abonnieren und Daumen nach oben nicht vergessen. Bis später. Auf zum nächsten Fahrzeug. Tschüss.